Die Hessische Landesbahn begrüßt Sie auch im Namen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes in einem Zug der Regionalbahnlinie 11, RB11, Richtung nach Bad Soden über Nächster Halt, Frankfurt-Sossenheim, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächster Halt, Sulzbach, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächster Halt, Bad Soden, dieser Zug endet dort Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen Die Hessische Landesbahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund verabschieden sich von Ihnen und wünschen einen angenehmen Tag Ausstieg in Fahrtrichtung rechts